Hallo, ich muss leider doch nochmal ein Video machen zum Thema Glauben. Ich habe gute Feedbacks bekommen auf meine Frage, in welche Richtung soll es gehen. Eindeutige Aussage aller Leute, die mir bisher geschrieben haben, Aufklärung, ganz klar. Okay, mache ich weiter, kein Problem. Trotzdem liegt mir eine Sache doch sehr am Herzen und spätestens also nach gestern oder beziehungsweise heute Morgen ganz gewaltig am Herzen, weil ich ja vorgestern angefangen habe, auf meinem Channel mal ein bisschen was von meiner Glaubensrichtung zu posten. Und ich vorher aufgrund der Aussagen, die ich getätigt habe, auch Leute aus einem bestimmten Kulturkreis angezogen habe, mit einer ganz bestimmten Religion, die ein ganz bestimmtes Buch verwendet. Und ich habe natürlich eine Meinung zu dieser Religion schon immer gehabt, aber es gehört sich nicht für jemanden, also für einen Buddhisten gehört es sich nicht, andere Religionen zu kritisieren. Normalerweise, normalerweise. Nur ist es so, dass zum Beispiel mein Lama, mein Lehrer, Lama Ole Nidal für die Kama-Kakyo-Linie, den Babaji konnte ich bisher zu diesem Thema nicht sprechen, das wäre die hinduistische Seite, spricht sich auch ganz klar gegen diese Glaubensrichtung aus. Und das ist wirklich das allererste Mal, dass ein Buddhist überhaupt so eine Aussage tätigt. Das geschieht aber nicht von ungefähr. Das hat schon seine Begründung. Dieser Lama Ole ist 365 Tage im Jahr auf der ganzen Welt unterwegs. Er hält jeden Abend vor 100 oder ich weiß nicht wie viele Leuten Vorträge über Meditation, über Buddhismus. Und das ist keiner, der andere Leute zu Unrecht verunglimpft. Das ist wirklich keiner. Und ich habe am Anfang ihn schon dafür etwas schief angesehen, als er sich dann doch hat gehen lassen, um über die dualen Religionen, weil so nennen wir sie, die dualen Weltsichten, das sind die Ansichten, die glauben, es gäbe eine Gottheit außerhalb uns selbst. Also es gäbe da irgendwie eine Entität, welche außerhalb uns selbst ist, mit langem weißen Bart oder wie auch immer, für die Moslems ohne Bildnis. Und diese Entität hat uns geschaffen, damit wir jeweils Sklaven dienen. Und manchmal ist sie auch ganz böse und dann straft sie. Und für alles Unglück dieser Welt kann man sie dann auch verantwortlich machen. Und dann gibt es dann auch noch die andere Seite, da kommt dann der personifizierte Böse und der Antichrist. Und ich weiß nicht, was für ein Schwachsinn. Und ich kann euch nur sagen, ich halte davon überhaupt gar nichts. Weder von einem Antichristen, der da irgendwann kommen soll, noch von irgendwelchen Prophezeiungen. Also es ist für mich alles kompletter Dünnpfiff. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich bin NWO-Gegner und ich weiß nicht, dass ich jetzt eine ganze Menge Leute gegen mich aufbringen werde mit dem, was ich sage. Aber das ist für mich Dünnpfiff. Es gibt überhaupt, es ist an den Haaren herbeigezogen. Natürlich kann man hingehen und bestimmte Aussagen, die ziemlich relativ und allgemein getroffen werden, auf bestimmte Szenarien anwenden. Immerhin haben wir es hier mit einer Welt zu tun. Und in dieser Welt gibt es so viel Verschiedenes, da kann man sich schon die verschiedenen Punkte herauspicken. Also wenn ich nach dieser besagten Religion gehe, und ich nenne sie jetzt nicht beim Namen, ich habe sie schon erwähnt, aber ich nenne sie jetzt nicht explizit, dann ist jegliche Popmusik satanistisch. Dann ist meine Hausmusik, die ich seit 1991, 1992 mache, auch satanistisch. Ja, ganz satanistisch. Und die Tatsache, dass ich als ein Anhänger der indischen Kultur am Feuer sitze und dann auch noch mit den Hindus Jagna-Zeremonien, also Feuerzeremonien und Mantren spreche, die zum Teil über ein halbes Buch lang sind, wo man zwei Stunden in einem durchliest. Und ja, ganz klar, ich bin dann der Satanist. Und wenn ich dann hingehe und anfange von meiner Symbolik zu sprechen, die exakt die gleiche Symbolik ist, die die Freimaurer auch verwenden, und beziehungsweise diese Illuminaten, dann heißt es auch direkt, ich bin ein Satanist. Nur, mit dem einen Unterschied, dass diese Leute irgendwie noch nicht gecheckt haben und ganz gerafft haben, dass meine Kultur, die ich vertrete, über 30.000 Jahre alt ist. Ein Buddha musste 2500 vor Christi Geburt erstmal kommen, damit der Buddhismus entstanden ist. Adwaita Vedanta gab es mit Patanjali 5.000 bis 10.000 vor Christi Geburt. Und die ältesten Spuren führen bis zu 30.000 Jahre zurück. Das heißt, wir können mittlerweile ziemlich exakt sagen, dass die ältesten Spuren der Yoga-Tradition bis zu 30.000 Jahre zurückführen. Zeigt mir bitte auch nur eine einzige Religion, die bis heute angedauert hat, vor 30.000 Jahren. Das waren nämlich noch Atlantis-Zeiten. Und über Atlantis weiß ich zufällig eine ganze Menge. Das ist aber ein anderes Thema. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Es regt mich einfach maßlos auf, diese Arroganz, diese Frechheit, die zum Teil aus völliger Unwissenheit hergründet. Es werden da Thesen aufgestellt über meine Glaubensrichtung, die sowas von lächerlich sind. Also in The Arrival beispielsweise oder in Zeitgeist oder sowas. Es sind so dermaßen Stupilitäten. Krishna soll der personifizierte Satan sein. Also Krishna, der Gott der Liebe. Es ist der absolute Hammer, was diese Leute für einen Dünnpfiff produzieren. Entschuldigung, aber ich kann einfach nur noch kotzen darüber. Kotzen, so. Und das wird jetzt auch das Letzte sein, was ich zu diesem Thema sage. Nur ich empfehle allen Leuten, die irgendwie vorhaben, mir irgendetwas religiöses zum Thema duale Religion. Und da gibt es einige von. Ich denke jetzt keine explizit, irgendwas zu schreiben. Und bitte ich, spart es euch. Ich kann zu jeder Religion einzeln irgendetwas sagen. Und ich bin nicht ohne Grund der, der ich heute bin. Ich bin in einem Mesoiteninternat aufgewachsen. Ich bin zunächst einmal orthodox getauft worden. Da bin ich auch immer katholisch getauft worden. Mein Vater katholisch ist. Meine Mutter ist orthodox. Meine Mutter ist Bulgarien. Mein Vater ist Kroate. Und ich stehe zwischen diesen zwei Kulturen. Aber beide sind christlich. Und ich bin dann auch noch aufs Mesoiteninternat gegangen in Bonn-Bad Gordesberg und war da auch noch einige Jahre. Also ich bin christlich schon ziemlich indoktriniert. Und ich habe auch Latein gelernt und das alles. Und trotzdem habe ich dann irgendwann mich von dieser Glaubensrichtung abgekehrt. Weil meine eigenen Erfahrungen, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe als 16, 17, 18-Jähriger, einfach dahin gegangen sind, dass ich sage, außerhalb uns selbst gibt es keine Gottheit. Die einzigen Götter, die wir erreichen können, oder den einzigen Gott, den wir erreichen können, können wir nur über unser Herz erreichen. Es geht nicht anders. Es gibt keine abgetrennte, von uns abgeschnittene Identität, die uns straft oder die uns glauben machen will, dass wir dieses oder jenes zu tun haben. Es gibt so etwas wie Gott. Aber Gott stellt in meiner Glaubensrichtung die Summe allen Bewusstseins auf Erden dar. Das heißt, sämtliche Menschen im Kollektiv genommen, ihr Kern herausgepickt, das ist Gott. Und das Einzige, was zwischen Gott und dem Menschen steht, ist das menschliche Ego, welches eine Illusion ist. Und ich kann das auch begründen. Nur dann müsste ich jetzt hier noch 3 Stunden Videos machen. Und ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Deppen, die in ihrem ganzen Leben noch kein Buch darüber gelesen haben, über diese Themen auseinanderzusetzen. Verdammte Scheiße nochmal! Wo bin ich denn hier eigentlich? Bild euch erstmal, bevor ihr euch anmaßt, die irgendwelche Unbegründeten und irgendwelche Stupiditäten vom Stapel zu lassen. Was denkt ihr euch eigentlich? Ihr erwartet die ganze Zeit irgendwelchen Respekt, aber Respekt kann man nicht für 50 Cent im Kiosk kaufen. Respekt muss man sich verdienen, verdammt nochmal. Und wenn ihr keinen Respekt habt vor meinem Glauben, bitte dann bleibt mit eurem Glauben von mir aus in der Balachei. Interessiert mich nicht. Ich bin Kroate, Gebürtiger und halber Bulgare. Was meinst du, wie meine Kultur über bestimmte Religionsrichtungen denkt? Moment. Also, ich schließe das Ganze jetzt ab. Ich bin auch noch ziemlich wütend, weil dieses Gespräch, was ich da, oder dieser Chat, den ich da führen muss, das war auch noch jemand, der sich hier bei mir hat als Freund enden lassen, der mich auch noch abonniert hat. Und dann muss ich mir von mir irgendwelche Frechheiten anhören, ob ich sie denn noch alle hätte und ich werde auch noch vernünftig denken, aber ich weiß nicht was. Also, möchte ich nicht mehr haben. Solche Leute werde ich in Zukunft konsequent von meinem Kanal wegbauen. Ich möchte hier keine Extremisten haben. Keine Spinner, keine Fanatiker. Ich möchte klar denkende Menschen haben. Ich möchte eigenständige Menschen haben. Ich möchte Menschen haben, die selber ihren Verstand benutzen. Die irgendwann aber anfangen nachzudenken, verdammt noch mal. Und die mir nicht sagen, wir können die Wissenschaften wegbacken. Wir haben doch hier ein Buch, das ersetzt alle Wissenschaften. Wollt ihr mit dem ICE ins Mittelalter, oder was? Nein. Wir sind im Jahr 2009. Wir sind nicht im Jahr 1500. Damals hat die Kirche diese Leute auf den Scheiter aufgeschmissen. Ich wäre wahrscheinlich früher hier verbrannt worden. Wollt ihr jetzt die neuen Scheiterhaufen errichten, oder was? Wollt ihr mir jetzt sagen, dass die Mayas eine satanische Kultur gewesen sind, obwohl ihr kein einziges Buch von denen kennt? Es sind nur vier Bücher übrig geblieben, alle anderen sind verbrannt worden. Die Hieroglyphen sind noch gar nicht entschlüsselt worden. Und ihr meint mit eurem Buch diese Hochkultur dort erklären zu können, wie arrogant und stupide seid ihr eigentlich? Welches Maß an Ignoranz und Arroganz muss man erreichen, um solche Aussagen zu treffen? So, das war's. Okay? Ab jetzt geht's weiter mit aufklärenden Themen. Und von mir aus können sich alle Leute, die sich bei mir haben, enden lassen, die dieser ganz bestimmten Gehörungsrichtung angehören, Koffer packen und tschüss. Da habe ich überhaupt kein Interesse mehr dran. Ich habe jetzt lange genug meine Schnauze gehalten. Ich habe lange genug Rücksicht genommen. Ab jetzt wird keine Rücksicht mehr genommen. Ab jetzt spreche ich offen aus. Tut mir leid, aber ihr seid mir zu weit gegangen.